Oh! Wow, Leute! Honna, komm, steh auf, Bro! Du brauchst Uni, nicht ich. Bro, wenn ich nicht aufstehe, musst du auch aufstehen. Heute ist einfach nach Jahren gefühlt wieder Präsenzunterricht. Ich hab keinen Bock. Nein, ich seh nicht gut aus. Ich hab keinen Bock zu gehen. Das ist gut aus. Ich hab sogar Bräunungsfleck an der Hand und so. Was zieht man so an der Uni an? Jeans. Irgend so ne Oberteil, das schlau aussieht. Darüber beste. Oder soll ich eher die hier anziehen? Die besten sind übrigens von Honna, danke, Honna, gell? Honna, so ein Bett. So, what's in my bag of Krampf? Handy, Kopfhörer, Portemonnaie, Männerportemonnaie, ganz wichtig. Weil es der erste Tag ist, nur ein Matizblock, ein Stift, ein Marker. Normalerweise nehm ich noch meinen Laptop mit, aber weil eh heute der erste Tag ist und wir uns so vorstellen und der Dozent sagen wird, wie das ganze Messer verläuft, brauche ich meinen Laptop nicht, was soll ich dort mitschreiben? Maske, ganz wichtig. Vor allem, ich muss nach Jahren wieder Bus fahren. What the fuck? Kein Bock. Das ist gerade ganz, ganz cringe, Kamera auszuholen, jeder guckt mich an. So, das ist mein Gebäude. Ich bin gerade drin, ich habe als erste Stunde Medienwirkungsforschung, das wird richtig interessant, weil es darum geht, wie die Medienwirkung besteht. Okay, wala, guck mich alle an, es ist ganz toll. Komm, Honna, geh ran. Hey, Honna. Hi. Honna, einfach das Seminar findet Garnstadt. Warum? Wir haben angeblich eine E-Mail bekommen, wo drin steht, dass es nächste Woche erst anfängt. Also zweieinhalb Stunden vor Üftat, als ob. Honna hat gerade das Video fertig geschnitten, wir wollten jetzt eine Runde rausgehen, Fußballspiel, ein bisschen spazieren, ja. Ey, ich sage, ich gehe kurz auf Toilette, ich habe meine Tage bekommen. Yay. Was für Yay. Wir sind draußen. Da ist Tutti. Ich sehe Tutti. Machen wir eine Challenge. Machen wir eine Challenge, hochhalten. Wer kann am meisten tätschern, also den Ball hochhalten? Wer kann den anderen härternd in den Arsch schießen? Okay, guys, seht ihr diesen Ball, seht ihr meinen Kopf, der ist winzig. Für Tutti, normale Größe. Okay, Tutti fängt an, sie glaubt nicht, dass der Ball klein ist. Jetzt wird sie spielen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oha, sieben. Oha, hat sie doch so geabwechselt. Das hast du noch nie gemacht. Ja. Da kommen Honna. Ja, ich bin hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünftzehn, siebzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Wie hast du das jetzt hinbekommen? Ich wollte mit Kopf machen, aber ich hatte Sonnenbrille, das Ding hab ich mit Kind gemacht. Nimm mit Kopf an. Weil es mit dem Thatcher nicht so gut lief, überspringen wir das. Ich schieße jetzt nach oben und der, der es am witzigsten annimmt, der gewinnt. Ladies and Gentlemen, wir haben Menschen umsonst. Arsch trainiert im Gym, ich stehe mit Arsch an. Wenn du das schaffst. Wenn du das schaffst. Ja, 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 ja. Ja, ja, den kannst du kriegen, den kannst du kriegen. Ey, mein Leben ist jetzt rein. Wie kommt der jetzt wieder raus? Jetzt, 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 jetzt. Tutti, du musst auch. Guck mal, ich zeig dir. Wie ist das ungefähr? Rücken. Das hat so gezogen zum unteren Teil vom Rücken. Guck mal, ich schweine gerade. Das hat gerade so wehgetan. Echt? Oh nein, Bro. Nein, Bruder, alles, wie die Klinken sind. Die Likes ist alles los. Es ist abgeschritten. Es ist gestritten. Es ist gestritten. Da kam der schon so. Handballkuss. Ganz kurz. Werbung für uns. Wir wollen demnächst. Wir erraten eure Herkunft, Alter und Name. Name, Alter, Herkunft. Also folgt uns auf Instagram. Schickt uns dort ein Bild von euch mit eurem Namen, eurer Herkunft und eurem Alter. Dann könnte es sein, dass ihr im nächsten Video mit dabei seid. Was sagst du? I'm so excited. I'm just kidding. Ey, Leute, wir gehen jetzt mit Freundinnen in Essen. Und wir sehen halt irgendwie heute besonders gut aus. Zum Beispiel Hörner. Wow. Und deswegen, eigentlich müssen wir jetzt eine Freundin abholen. Ich so, ey, wir kommen ein bisschen später. Also wir haben wirklich schon unseren Bruder wohin fahren müssen. Das war jetzt nicht gelogen. Ja, und dann, wir sehen auch so die Sonne wie so. Komm, wir machen schnell. Ja. Wir wollen unbedingt ein Foto machen. Komm mal hier hoch. Sieht's gut aus hier. Keine Sorge, meine geile Fresse. Bekommt ihr auch noch zu. So, wir machen jetzt Fotos aber ganz schnell. Und ich muss zugeben, ich hatte einen Ausfit Breakdown. Ich habe kein Outfit gefunden. Dann habe ich geheult. Dann war ich traurig darüber, dass ich geheult habe. Und dann hat Totti mir geholfen. Und jetzt geht's mir besser. Danke, Totti. Das ist eine halbe Stunde. Ich werde therapeutisch. Ich habe sie so therapiert. Ich so, hey, komm. Hier sind keine Oberteile, die dir gefallen. Heute Nacht shoppe ich für dich. Kein Problem. Und danach rede ich sie so gut. Ich so, du wirst top. Es liegt nicht an dir. Es liegt an der Kleidung. Und ich glaube sogar, wir sind gerade so ein bisschen gechillt. Weil ich nicht faste. Und deswegen denke ich mir so, ja, wir können auch ein bisschen zu spät kommen und so. Würde ich fasten? Junge, ich würde sagen, keine Fotos direkt. Wir müssen pünktlich sein. Ich will pünktlich essen. Sorry, da war gerade, wir haben behindert geparkt und so ein Typ ist genau daneben stehen geblieben. Hat drauf geschaut. Ich dachte mir so, oh oh. Aber er ist weitergefahren. Alles gut. Guck mal, die Sonne ist schon weg, Honna. Wie geil sind die Bilder geworden? Ey, danke Totti. Bei Honna ist das nicht schwierig, weil ich nicht fotografieren kann. Honna hat einfach in einer Minute meine Bilder gemacht. Ja, okay, aber du bist auch halt wunderschön. Hier ist doch furchtlich. Oh nein. Ey Leute, schicken sie uns ab. Die Bilder sind so geil geworden. Ich blende jetzt ein. Ey, Friends, wir sind gerade hier. Bisschen Kühnefe und sowas essen. Ey, Honna, sag mal, wer gerade gekommen ist. Da kamen so fünf Mädels. Fünf Mädels? Weiß nicht mehr, Junge. Oder ganz Familie. Zwei. Auf einmal war so eine Mannschaft. Auf dem Boden auf die Knie, Bruder. Auf jeden Fall, wir sind jetzt gerade Kühnefe essen. Die Mädels waren nicht so sympathisch. Falls ihr das seht, küsst euer Herz. Junge, die waren so sympathisch. Grüße an euch. Auf jeden Fall. Es war gerade so witzig. Ich glaube, wir kriegen jetzt alles gratis. Wir denken, wir sind Ronaldo. Ich mein's ernst. Alle kamen am Vorzug. Warte, ich sag's ernst. Nein, Spaß. War sehr sympathisch. Gruß an euch. Einfach von unserer Freundin so ein Selbstverteidigungs-Ding. Das soll angeblich voll laut piepsen. Boah, ich hab Angst. Hey, Honna, hey. Hattest du's geht nicht? Ich hab's einmal benutzt. Ich schwör. Es ist einfach kaputt. Auf den Knopf. Nein, das ist Taschenlampe. Achso. Komm, wir fahren nach Hause. 8.37 Uhr. Sehr, sehr früh. Wir wecken jetzt vorne. Holla. Oh, komm, wir haben schon 11 Uhr. Komm, wir gehen in die Stadt. Heute wird ein richtig kleiner Tag, okay? Hast du gut geschlafen? Mhm. Okay. Alles gut? Ja, alles gut. Wow. Sieht scheiße aus. Oh, ich wusste, ich krieg's nicht mit einer Hand hin. Ich wollte es sagen. Wow. Ich mach grad mein Contouring. Und wisst ihr, ich benutze immer den von Nix. Der ist so gut. Da musst du zugeben, gell? Du hast den eine Zeit lang auch benutzt. Ja, ich hab den eine Zeit lang benutzt, aber jetzt doch nicht, weil ich bin wieder auf Puder umgestiegen. Das Ding ist nur, das kostet 11 Euro und ich benutze nur den Browser geführt. Wir haben voll sechs Packungen. Hier ist alles leer. Und da, guck mal, seht ihr das? Da ist alles noch voll. Falls ihr eine Empfehlung habt, irgendwie einen, so einen Browser, aber so einen cremigen, nicht so einen putrigen, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare, weil Honna hat einen gestern geholt. Ich hab den hier gestern geholt. Ich dachte so, ich probier den mal aus. Boah, wieder. Der ist gut. Ich glaub, der sieht gut aus. Wir müssen nur gucken, dass wir es schaffen. Weißt, wie viel Uhr wir haben. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen noch zur Post. Wir müssen Nala schicken. Also, die sind Teddybär-Leute. Ja. Ey, so ein süßes Mädchen hat die geworden. Ich will die Nala abgeben. Ich wollte auch nicht Nala abgeben. Aber ey, ich sag's ehrlich, an sie, ich geb mit Herz. Ja, ich würd dir sogar zwei geben. Wir sind wieder spät. Wir haben schon 18.07 Uhr. Paketsstation schließt in 20 Minuten. Wir sind noch zu Hause. Ich muss noch Nala einpacken. Oh, der ist, glaub ich, perfekt. Abschließende Worte zu Nala. Nala war da. Ich will nicht, dass du jetzt... Ja, das war's. Lass mal ein paar Film drauf machen. Ja, ich mach meinen drauf. Nein, lass mal... Tutti, du darfst an ihr Arsch machen. Warum mach ich das jetzt? Mach jetzt! Du darfst nur im Arsch. Ich wollte noch Süßigkeiten reintun, aber wir haben die jetzt schon alle gegessen. Nein, wir können welche kaufen. Okay. Wir haben nur noch 10 Minuten. Wir sind jetzt in der Nähe der Post. Wir konnten jetzt nicht den Umweg fahren, um... Wirklich nur noch 10 Minuten. Ja. Wir hatten jetzt keine Zeit, den Umweg zu fahren, um zu Rewe zu gehen, um Süßigkeiten zu holen. Aber hier auf dem Weg dorthin ist so ein Bio-Laden. Der ist so teuer. Ich weiß nicht mal, ob die so Bueno oder Süßigkeiten haben. Aber wenn, dann kostet es locker 500 Euro. 500 Euro. 500 Euro, passt. Ja, das ist perfekt. Nein. Kannst du das hier nehmen? Sie ist jung. Merk dir, wie teuer das hier ist. Die sind geil. Okay, dann nehmen wir die zwei. Oh shit. Meine Knie sind gebrochen. Meine Knie. Verpackt es so gut, Leute, dass Nala nichts passiert. Bruder, die Post ist zu. Siehst du das eigentlich? Nein. Warum ist die zu? Die hat doch bis 18.30 Uhr. Nein. Mal kurz Tür zu, ich muss schreien. Mal. Liest du online oder schaust du, was dir gefällt? Ich habe geschätzt. Du hast... Bala. Ich dachte, du hast nachgeschaut. Ich glaube, ich habe es dir so geschätzt, wie ich es... Wie ich es braucht habe. Turti. Du kannst doch nicht einfach schätzen, Bruder. Jetzt haben wir richtig Zeit verschwendet. Wenn ich nicht gewesen hätte, hätte ich gesagt, bis 18.40 Uhr. Sag bitte noch mal kurz vor Kamera, was du mich gefragt hast. Turti. Nein, lass es dir jetzt. Wirklich. Das ist dumm, Junge. Guck mal. Leute, das hier sind meine Alltagsohrringe. Ja, die sind total schön. Da sind so... Wie so Kristalle drin. Die sind sächlich. Aber ich habe extra die hier mitgenommen, weil das hier sind wirklich meine Favorites. Die haben so grüne Kristalle und das passt zu meinem Outfit besser. Deswegen wechsle ich die, glaube ich, jetzt schnell. Als ob man die Ohrringe auf dem Bild sieht. Ist das gerade ernst? Ja. Ich sage ehrlich, meine Ohrringe sieht man halt eh auf dem Bild. Ja. Die hat so riesige Finger. Ey, Mann, ich liebe diese Ohrringe. Die Leute, die uns wirklich lange verfolgen, wissen, ich hatte immer diese kleinen goldenen Ohrringe. Die hatten wir von Anna Luisa. Ich habe sie damals bei denen bestellt. Ich trage sie gefühlt seit Jahren. Die Quali ist anders gut. Das stimmt. Und dann dachte ich mir so, okay, genau von denen bestelle ich mir jetzt größere. Weil ich habe ein bisschen Bock auf größere Ohrringe. Aber auch rund. Die sind so schön. Und dann habe ich mir noch die Kette hier bestellt. Und das krasseste ist, Leute, ich habe ja diese goldene Uhr immer an. Und mit der wollte ich das Armband kombinieren. Deswegen habe ich das hier bestellt. Wie gut sieht das aus. Das sieht so fresh aus. Das. Und das gefällt mir so. Das hier sieht wirklich richtig schön aus. Ich liebe die. Ich wollte immer einen Armband dazu haben. Okay, ich habe jetzt meine Ohrringe gewechselt. Sehen die besser aus? Ja. Nein, ist auf ernst, Anna. Geil. Wie ich das so nehme. Ich so bruh. Dieses grüne. Unser ganzes Zimmer ist in diesem grünen Ton. Als ich die gesehen habe auf der Website, ist es so. Oh, Anita. Die sind so perfekt. Und diese Perlenkette sieht einfach ein Vibe. Ich mag T-Shirts zu tragen, wo so viel abgeht. Und die lässt dann nochmal so. Ich habe eine Kette an, aber die stiehlt nicht so die Show. Wisst ihr? Die ist so perfekt. Bei Ana Luisa, Leute, gibt es auch so eine Muttertagsaktion. Ja, voll schön. Wenn ihr eine Sache kauft, dann kriegt ihr auf die zweite Sache 40%. Aber nur bei den Link von uns, ja, der in der Infobox ist. Also checkt ihn unbedingt ab. So, und ich glaube, wir gehen jetzt auch einkaufen. Komm. Let's go. Ich sage so, ey Totti, lass mal heute Pizza machen. Die so, der Teig dauert voll lange. Ich so, lass doch einfach Teig kaufen. Die so, nee, wir müssen... Das ist so unspannend. Wir machen was geiles, Junge. Wir holen jetzt Babyspinat und dann machen wir Nudeln mit so einer richtig geilen Soße. Wir können auch Babyspinat auf die Pizza machen. Nein, Hörner. Babyspinat, geile Soße, Nudeln, dazu noch Falafel, Bedingungsfleisch, Salat. Zack, Junge, zack. Ich glaub, es ist gerade nicht, dass wir Babyspinat kaufen, jetzt eine Saison ohne zu machen. Was brauchen die überhaupt? Babyspinat. Am Ende haben die es nicht. Hörner, 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 hörner. Du hast gerade eine Sekunde geguckt. Wir haben gerade extra zu einem anderen Rewe gefahren, um hier Platzspinat zu kaufen. Und ich glaube, den gibt es nicht mal hier. Ich glaube, es ist einfach nicht die Saison, Leute. Nein, das ist einfach dein Tag. Du gewinnst. Komm, wir machen die Pizza. Und jetzt machen wir die Pizza. Hey, was ein Glück. Wir haben Platzspinat in der Tiefkühle gepostet. Komm, entscheid dich. Ich will das nehmen, die Nudeln. Okay, okay. Das ist eher so mit Kartoffeln. Okay, okay. Jetzt brauchen wir aber wirklich Nudeln. Die kannst du aussuchen. Dankeschön. Kannst du Nudeln aussuchen. Warum nehmen wir nicht die hier? Die sehen fancy aus. Oder kennst du die so richtig großen, die so einen Hohlraum haben? Ja, das habe ich auch eben gesucht. Die sind ja auch von Barilla. Die sind aber nicht hier. Junge, einfach heute Rewe hat gar nichts, gell. Ich muss schon mal ohne Honna anfangen, weil Honna macht noch das Thumbnail für. Vor noch zwei Minuten für JT Reaction, Leute. Jeden Tag kommt ein Video online um 21 Uhr extra, damit ihr zu öfter essen könnt und dann unser Video schauen könnt. Aber einfach, Ramadan ist bald vorbei, dann wieder 20 Uhr. Dann wieder 20 Uhr. Okay, ich mache schon mal die Zwiebeln und so aus, ja? Ja, ist gut. Ich komme jetzt eben. So, ich bin gespannt, ob die schmecken. Wir haben die noch nie gegessen. Zwiebeln, Knoblauch ist drin. Jetzt kommt Spinat rein. Oh, das sieht aber voll. Das geht voll klar. Das sieht gut aus. Da ist sie. Unsere Superwoman. Wollt ihr mal sehen? Ja, komm, zeig. Oh, Junge. Wallergeil. Wallergeil. Erzähl uns, was du gemacht. Guck mal, wie gut der Spinat aussieht. Oha, der sieht echt voll gut aus. Zeig mal. Oha, die sehen voll gut aus. Alle sehen gut aus. Es muss noch die Soße was werden. So, wir machen jetzt ein bisschen Creme Fraiche, Paprika-Pasta rein. Und dann kommt Schlazer rein. Die Paprika-Pasta ist übrigens scharf und die gibt so einen perfekten, so Schärfe-Kick. Aber irgendwie sieht es gerade nicht so aus, wie es immer bei mir aussieht. Guck mal, das meine ich. Immer wenn wir ein YouTube-Video machen, verhaue ich alles. Das sieht voll lecker aus, das ist die Hauptsache. Weniger ist es auch nicht geworden. Ja, aber ich will eigentlich auch viel Spinat. Sag ich dir ehrlich, von wo sollen die Muskeln kommen? Die werden wir nicht in die Stirn gehen. Von wo? Keine Ahnung. Zeig deine Muskeln. Junge, okay, okay. Oh! Oh! Ich mach noch einen Schlag Sonne rein, aber es sieht trotzdem nicht so hervorragend. Es sieht so lecker aus. Oha, Bruder, was laberst du? Es sieht so lecker aus. Sag's noch einmal, dann glaub ich dir. Ich suche momentan sehr gerne Twitter-Half-Man. Twitter-Half-Man, ja. Ich müsste aber Twitter-Half-Man wirklich auf Englisch gucken. Da spockt viel mehr auch die Witze und so. Was gucke ich momentan? Ich glaube immer noch Harry Potter, Leute. Ja, toll. So lange für das dritte Buch. Ich lese nicht mehr so viel, weil ich gucke die Podcasts momentan. Ich versuche aber wieder regelmäßiger zu lesen. Ich habe gestern vorgestern gelesen, Mann, hey. Ja, ich lese auch nicht mehr so viel. Ja, Totti ist sowieso Mitläufer. Dir du gelesen, als ich gelesen hast. Nein, weil dieses Buch, was ich gerade lese, dieses Gesetz der Gewinner, Wunderbillers sogar, es ist halt so, es catcht einen. Warum fängst du dich mit dem ersten Teil an? Wenn du den ersten durch hast, habe ich den dritten durch. Ich bin immer zwei, drei vor dir. Geh doch in die Welt der Zauberer. Warum bist du in der Welt der Mogeln? Oder ich lebe schon mit ihnen. Keiner mag Mogeln. Ich habe genug Zauberer. Unser Zimmer war mal ein richtig geiles Mädchenzimmer. Jetzt ist irgendwie so eine Harry Potter scheiß Zimmerecke geworden. Und jetzt dachte ich mir noch so, falte ich diese Sowjetten. Es gibt immer so eine bestimmte Art, wie ich es immer falte. Aber ich kann es nie auswählen. Deswegen schaue ich mir auch ein Vitori jetzt an. Leider haben wir nur noch die Weihnachts-Edition. Ich hoffe, unser Fasten wird deswegen nicht gebrochen. Aber hey, wir nehmen einfach die mal. Sowjet, Sowjet. Ah, ich hoffe, alles auf. So sieht es aus. Ich verstecke hier immer dann so ein Bonbon drin, was die Leute essen können. Wenn sie gefastet haben. Guck wie perfektes geworden ist. Ich würde da dann so ein Gugelettchen essen. Das ist richtig gut geworden. Boah, die sehen so schmackhaft aus, Freunde. Ich schwör, das sieht aus wie im Restaurant. Sieht richtig lecker aus. Ich wusste, ich könnte ein Restaurant aufmachen. Wow, Leute. Das sieht so, so gut aus. Wir lassen uns das jetzt schmecken. Okay, schnell, schnell, schnell. Drei, zwei, eins. Klingt voll gut. Voll lecker. Schmeckt wie in Italien. Ja, voll. Ich war nie in Italien, aber bestimmt so schmeckt. Du warst in Italien. Man weiß. Ein Embryo-Gefühl. Was redest du, aber dein Körper war mal in Italien. Ja. 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 Ja.